Warum sind so viele Stages in dieser Ansicht schon ausgeschlossen? Es gibt ja so viele Stages. Was habt ihr gemacht? Dass es nur diese sechs gibt. Ja, da sind halt die sechs, die auf Turnier gespielt haben. Das ist halt scheißegal. Der Rest wird nicht so wirklich gespielt, ne? Halt gar nicht. Die darf man halt nicht. Wann darf die nicht spielen? Also laut den meisten Rulesets darf man auf Nicht-Tournament-Legel-Stages spielen. Aber macht halt auch keine. Und manche Tierhofs sagten das auch. Ja. Weil das manchmal viel zu lange dann dauert. Wenn man halt irgendwelche Stages, wo man halt einen Teil walken kann und spielt. Ja. Ferd ist Ferd. Es ist halt irgendwie auch so ein Curse von Ferd, dass er Twitter wird. Naja, ich meine... Vielleicht sollte man sich immer Second nennen. Oder First. Nix-Tournament, der geht ja heute ab. Nix-Tournament hat... Seitdem er einen Loser hält. Der hat auch zu gewinnen. Oh, schöne... Der macht halt auch so richtig Druck so, ne? Aber das Gute ist, finde ich, bei dem Peach-Character, dass der halt immer wieder Druck rausnehmen kann. Das ist halt so ein schönes... Das ist irgendwie... Oh, klasse. Klasse. Die ist halt auch ein, 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 ein schneller Charakter. Ich würde es weniger nettes sagen, aber... Die Falten muss relativ schnell sein. Die Peach nicht so. Ne, also Peach ist super lahm. Also so langsam halt. Also die floated so. Die Kombos können schnell sein. Ja. Die Peach ist halt schnell an der Stelle, aber die kann sich halt schwer von A nach B bewegen. Ja. Weil wenn man halt einen Opener bekommt, dann kann sie schnell sein, aber... Das war eine dumme Frage. Kann man in der Luft shield machen? Nein. Man kann nur so... Man kann den R dodgen. Also wenn du L und R in der Luft drückst, dann machst du den dodgen. Bist kurz invincible. Ja. Und... Ja, kannst halt nur noch in Richtung gehen. So funktioniert auch Weight Station, dass du halt den R-Dodge in dem Boden machst. Ja. Und dann fly dodgen. Das habe ich mal gemacht. Das habe ich ein paar Mal gemacht. Das habe ich geübt. Ja, das haben wir ja gesehen. Ja, das stimmt. Das ist immer noch eine meiner Lieblings-Twitter-Interaktion. Wie ich das geforscht habe mit 69% und dann... Nice, 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 nice. Das war so schön. Ohhhh. Nixstück macht von ganz schönen Musik her. Ich glaube, der ist kein Musiker. Doch, doch. Heute schon. Guck dir das mal an. Ich glaube, der spielt Falco. Da sind kleine Symphonien, die hier drin sind. Das ist aber nicht Falco. Das ist nicht Falco. Du denkst an den anderen Falco, den Musiker. Nein, 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 nein. Der hat Symphonien gemacht. Wie Rock My Amade. Hallo. Aber man darf es ehrlich zu sicher sein, weil Peach halt immer so prozentmäßig einfach viel mehr aushält. Eigentlich nicht wirklich. Die ist aber noch nicht weg, wenn die bei 120% ist, kann die immer noch zurück, weißt du? Ja, aber in dem Match-Up so eine der und Peach wird relativ early. Und der F-Smash auch. Der F-Smash auch, ja. Das kann ich nicht verstehen. Der Kerl macht. Also warum ist das in dem Match-Up nicht so, dass Peach ein Interessante aushält? Weil Falco Peacht relativ einfach Offstage kriegen kann und dann einfach eine Down-Air machen kann. Die Peacht so nach unten haut, dass sie sich vorsichtig in sich selbst dreht. Ja. Und halt bei der Stage halt auch noch nach oben scheinen. Nach oben scheinen ist halt auch ne Musiker. In der Stage weniger aber. Und jetzt würde halt auch schon Down-Tilt. Oder so. Das war ein Ersatz. Ja. Ich glaube so ab über 100% Töte wahrscheinlich auch einfach Down-Tilt. Ja. Also Falco hat halt schon bessere Tools, Peachwook zu töten als Huff zum Beispiel. Ja. Ey der To schläft hier nicht, ne? Sofort ist die Farbe angepasst. Stark. Ja. Komisch, dass Dennis den immer nehmt. Der Mac hat alle Farben. Ja Dennis wechselt immer durch. Ne. Die Beach-Farben sind eigentlich auch alle nice. Ich mag die. Wir können nur Daisy shit. Hey. Daisy sind die richtig cool. Aber sie ist gelb. Gelb ist die beste Farbe. Nein. Ich finde die Ganon-Farben ziemlich cool. Weil die halt fast immer gleich aussehen. Sind Ganon-Farben irgendwie... Weiß nicht. Rot finde ich scheiße. Den Rest finde ich cool. Grün, Blau, Lila. Vor allem Lila ist nice. Aber Rot ist irgendwie echt weird. Ja ich finde bei Chic irgendwie die dunkle blaue Farbe nützlos. Mhm. Die klassische Farbe bei Chic finde ich irgendwie nützlos. True. Sag mal Alex, wie ist das gemeint mit den... Wie ist das gemeint mit den Hafermilchen? Aber willst du heute oben was haben? Nee. Die waren einfach über und mussten weg. Oh geil. Dankeschön. Dann freut sich meine Regierin gerne mit mir. Danke. Oh. Genau das. Das hat aber schon ein paar mal gemacht. Das macht nix dran gerne. Das macht jeder Falco gern. So ne juicy dare ist immer geil. Dare? Nee dare. Nee dare. Nee dare. Dare. Dare nare. Tschüss Mane, machs gut. Bye bye. Eine Dunten. Ja. Oder U unten. Oh. Cool. Nice. Nice. Okay. Also vielleicht die Liegestütze. Yay. Yeah. Yay. And the space is good. Yeah. 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 Ja. Ja. Du bist bei Whatsapp oder hier bei Home, bei Home kannst du aufstehen und dann das dann so leider. Achso. Ist das nicht übers My City? Doch, ist übers My City. Aber das links halt zu der anderen Website. So, bei Home steht ja irgendwo bei Leserbetreibung. Leider. Ähm, möchtest du hier sitzen und dann? Nee, ich mach's. Kannst du den Schuh dazu wissen? Ach, das guckst du. Well have you that million out of it, for the loader match? Yes, it's not many Ron Merch. We only are nitrougnaw. Seriously? Vielleicht wiederсон. Wow loader. Fifth amount, um, Fanron move. ダle power, daze power, daze power, daze power, daze power. Dazebes trodde plan. Dazebdoo poodle poodle. Koeger kann man überla. Ich hasse Smash GG. Was hab ich falsch gemacht? Was, noch nicht registriert? Keine Ahnung. Kontakt, Smash GG. Ich hab noch keinen, ich hab noch keinen, leider gespielt. Magic, ne? Magic. Ja. Man kann sich schon ins Bild geschicken. Ach so, ja. Guck kurz dir wenigstens zu. Der Schlawiner. Gut, ich weiß nicht, wie spät es da ist. Ja, hier. Jeder THO kriegt so eine Mail, das ist so weird. Das ist so weird. Na, 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 was geht denn jetzt? Der Ruhige. Wurde. 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 Oh, schön. Das war hübsch. Von fast 7%. Fast 7%. Ja, aber der ist nochmal schön recovered. Das lag ich davor. Zwei Stokes hinten, glaube ich. Jetzt gerade eben. Das war sehr schön. Fried stirbt dazu nicht mehr hier. Schade. Das war aber close jetzt. Das Problem ist auch, dass Slash Team trotzdem das beste ist. Ja. Das ist so eine Pfaukarte. Das ist so eine Pfaukarte. Das sind einfach die Pfaukarte. Das ist so eine Pfaukarte. Das ist so eine Pfaukarte. Das ist so eine Pfaukarte. Das ist halt Müll. Aber wir haben auch die Pfaukarte. Das ist ein Pfaukarte. Was ist Slash Award Tour? Das ist ein... Das ist sowas wie bei uns den Circuit. Dass man bei Turnieren teilnehmen kann und Pfaukarte bekommt. Und dann zum großen Event dann eingeladen wird. Okay. In Amerika. Und das ist halt weltweit. Verstehe. Gibt es halt Turniere in Europa, Nordamerika, in Japan, überall. Man kriegt immer für Teilnahme Punkte immer so. Man kriegt dann immer für die Teilnahme Punkte und dann... Dann gibt es so Playoffs, also sozusagen in den Regionen so Ausscheidungsturniere, die die meisten Punkte haben in den Regionen, die können halt da teilnehmen. Und dann die besten Bleiber, je nachdem welche Regionen, kommt dann mit einem großen Spiel. Ja, das stimmt. Da war halt letztes Mal Niko bei und... Darüber ist er in den USA gekommen? Ja. 3-0 für mich. Für den Gewinnertuch. War das knapp? Nein. War knappes 3-0. Was ist das? Oh, es war nichts. Das ist halt so blöd. Bei Smash GD müssen die noch einfügen, dass man so Kommentare bei Splashes machen kann. Ja. Damit man schreiben kann, wackeln. Was ist da? Ich weiß nicht, wie läBer ist. Ja, mach. Wir wollen baldosis werden. Ja, 28. Oh, ich weiß nicht. Also. Dann ist sie auf den Weg. Oh, rix kommt. Oh, die Rixers. Oh, die Rixers. Heller Raiders. Seid ja perfekt bei Grand Finals da. Nichts Red, View 2, 1. Ich geh direkt rein mit einer O. Aber Dennis möchte nicht sterben. Was geht ab, Gregor? Ich hoffe, du hattest deinen nicen Stream. Hast du Tournament mitgespielt, Gregi? Der ist heute ein Tournament. Der Nichts Red ist ein Galiner jetzt. Schon seit ein paar Wochen. Er hatte so viele Viewer. Ich dachte, der ist aus Italien. Der ist auch aus Italien. Der ist seit neuestem in Berlin. Der hat eine Zeit lang in einem Hotel gewohnt, weil er keine Wohnung hatte. Ich glaube immer noch. Ich glaube, die sind immer noch. Oh Marcel. Berlin ist halt schon anders. Wuiuiui. Ich weiß nicht welches Turnier. Sehr nice. Pogostag? Oh, nein. Oh, nein. Oh, das war knall. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Ich hab's geschafft. Mein Chef hat heute nichts anderes gemacht. Außer Dummrad. Schau das an, Dummrad. Grüße an die Berliner und auch an Nick Sard. Er ist auch ein Berliner. Ist jetzt auch Berliner. Der wohnt jetzt hier. Berlin ist stacked. Kommt nach Berlin. Mit seinem Homie, ähm, Magic. Nee. Doch. Also nicht, dass ich hier mit Zeit bei mir bin. Er ist Kärmer hier, glaube ich. So etwas. Wer ist denn ein Dome? Ich kenn nur Broly Fan 42. Broly Fan 42 war heute zum ersten Mal dabei. Ja. Oh, das wird richtig knapp. Oh mein Gott. Ich bin dafür, dass es sein erster Geniever war eigentlich echt gut, ne? Ja. Er hat sogar Maxi besiegt. Ich fand es geil. Und auch den anderen, Newcomer, Otaku, Okono. Also den zweiten Titel von denen war schon so insane. Das darf doch nicht wahr sein. Oh Gott. Das sind beide 130. Krass. Hat halt den insanesten Clip gehabt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das war schon crazy. Oh. 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 Ich bin schon ein bisschen zu müde, ich fette die Leute. Oh wirklich? Oh. 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 Oh wieso? Oh. Owe. Oh. Oh. Das sind eher lange Games. Was heißt Pillar auf Deutsch? Was heißt Pillar auf Deutsch? Pillar-Kombo. Säulen. Ja doch Pillar ist eine Säule. Ja, die Säulen-Kombo. Die Säulen-Kombination. Säuli-Kombination. Falko ist einfach schnell. Er ist schnell da. Säulenverbindung. Mein Gott. Tschüss. Bis zum Wachende oder so. Falko versucht die Luft weg. Wow. Was haben wir gerade gesehen? Power Shield von Mr. Dator. Eine Art von Peach, was rauszuholen. Der macht halt 1% Schaden. Ja. Aber dafür sehr viel Schaden auf dem Schild. Okay. Oh, schade. Ja. Wenn die... Wenn... Wenn... X-Hard gewinnen sollte... Müssen die nochmal? Ja. Ja, ne? Ja. Weil dann... Dann ist dann zusammen... Ja. 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 Mit voller Kraft einfach runtergeschlossen. Ja. Wir geben hier nichts auf. Ja. 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 Der Broly-Fan hat Captain Falcon gespielt. Oh, das ist ein... Nix für das, ein Feier. Aber dann ist es halt auch mal zu geschlagen. Bzw. Ne, das war halt wirklich gar nicht. Oh, das war knapp. Oh, das war. Oh, das war. So ein geiles Game heute, das macht richtig Spaß. Man spürt das halt auch so richtig. Voll. Und es ist immer wieder Reitigieben so zwischendurch. Also selbst wenn man mal einmal über einen vollen Fluren geht. Oh mein Gott. Falk macht aber manchmal Schaden, das ist unfassbar. Ah fuck, fuck, fuck. Das ist ärgerlich. Der hätte auch genauen, dass er aussehen würde. Even. Der hat schnell im Moment auslos, wo keine Plattformen da sind, immer ein bisschen zu. Das ist halt so geil, dass beide einfach auch wählen. Spielen ist einfach so. Ja voll voll. Dennis macht das ja auch immer. Aber fast nie redet jemand mit. Ja. 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 Oh. Oh. Oh damn. Und wir sind schon wieder auf dem Last Stock. Ja. Es gibt nur noch diesen Last Stock. Im Mittagrund. Ja. Im Mittagrund sieht man schön bei Dennis Cam, den anderen Penzelberger und der andere Italiener. Ja. Oh. Oh mein Gott. Dennis. Einfach zu hören. Oh. 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 Und wir sind auf Tepp genteer. Da braucht kein Sen, das ist nur ein guter Grab und dann... Ja. Ja, das finde ich auch immer ganz angenehm zu gucken. Na, das darf doch nicht wahr sein. Ist das aber auch hier ganz schön? Egal. Egal. Das wird noch... Ja, Mann. Jawohl. Das ist mir irgendwie, nichts mehr auf dem... Oh! Das ist mir irgendwie. Nix mehr auf dem... Oh! 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 Also, wenn ich uns... Und... Hey! 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 Man hört parallel das Spam an einem Controller. oder so. Oh! Das war das! Dieser Sponsor. Nötig! Aber andererseits sind sie da jetzt even, weil beide quasi einmal... Oh! Boah, eine schöne Waschmaschine! Schöne Waschmaschine! Und das ist der Grab! Oh, hier geht's! Hey! 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 Oh! Oh! Ey, der nächste Trip ist aber auch wirklich on fire! Beide sind halt so krass! Ja, übel! Das ist auch so ein richtiges, bis auf den letzten Stock wird hier egal welche Prozente sind gefeiert. Man kann halt noch... Das ist halt so schnell, dass... Ja! Kann halt alles passieren. Kann halt auch irgendwie was von Dennis wieder sollten. Ja! Oh! Oh nein! Das ist es! Oh! Oh! Set eins! Set zwei! Let's go! Danke für den Follow! Wie viele Leute haben wir noch behalten aus dem Raid? Ja! Das ist einige! Alter! Ja! Mega! Wie gut next set? Ja! Was? Ja! 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 Du bist so auf fire! Du bist so auf fire! Du hast zwei Sets, zurück und zurück, wie jetzt ein dritter Set? Ja! Ja! Du hast die erste Sets gewinnen! Du hast die erste Sets gewinnen! Ja! Ja! In der Reihe! Oh! Bin ich immer noch im Chat? Ja! Du bist noch im Chat! Ich glaube, mein Handy ist wahrscheinlich ganz früh noch! Oh! 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 Ich bin der Wachstück! Das ist der Wachstück! Ich bin der Wachstück! Das ist der Wachstück! Bitte kurz starten auf dem Chattona! Wir sehen, wir sehen! Wir sehen. Was? Nein! Ich habe die Wachstück! Oh! Nein! Ja! Oh! 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 oh mein Gott sie ist gerade ein richtig hypes match 1st set war 3-2 und nichts wird hat es gewonnen das war doch nur ausvernichtet oh schön der Walsam da ist ja ein Vorteil dass es einfach viel schneller an die also irgendwo hinkommt das ist halt zwei Faszinaten von Spielstilern ja der Walschdown in dieser Kontrolle die Spaces prozentenmäßig oh Niki danke für den Sub oh 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 Gott. Fancy moment. Das sieht schon wieder auf der hier. Manchmal, wenn er so eine Wetsch hängt und hochkommt, dann schießt der andere in den Boden. Also schießt nichts, ob er nach oben ist. Verstehe ich dann so richtig. Naja, er geht nach unten, er sucht nach unten, dann springt er sofort und dann macht er zweimal näher. Oh, das war schön. Das war sehr schön verteidigt. Ey, das ist so auf Augenhöhe die ganze Zeit. Können wir einfach die ganze Zeit spielen. Ja, cool. Oh mein Gott. Oh. Zwei Prozent. Nice. Das war sehr gut. Oh mein Gott. Oh, du hast ja ein Laser. Oh mein Gott. Oh, du hast ja ein Laser. Heide, deswegen macht man immer Laser in der Luft. Oh Gott. Oh Gott, ich bin so angespannt. So angespannt. So krass. Oh mein Gott. Oh. Ey, wenn er die Bäume nachgegeben. Oh. Was. Oh mein Gott. Wie schnell war das. Das war insane. Egal. Egal. Da ist alles noch drin. Ich möchte noch ein Game sehen. Nice. Oh, fast. Oh. Oh. Nice. Nice. Not again. Wow. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh. Ey. Alter. Das Endes. Das Endes ist hart und richtig groß. Beide haben halt. Oh. Das ist doch чувтра. Oh mein Gott. Oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wow. Es ist so sch revierbar. Oh Long greet. Oh mein Gott. Das war so high pretty much.